so hier ist der Zero Dennis heute mal ein anderes Video und zwar das wird einfach ein Testvideo so was ich genau so treibe in Garrys Mode zum Beispiel lege ich hier einfach so paar blöden Minen und was ich vorher nicht wusste man kann die an die Wand und man kann die an die Wand stecken und ja und hoffentlich stehen bleiben Prozent ja man kann hier bei NPCs vor und kann hier so Leute Ruhrs Bauner Spawnen mann ein Schuss nicht gerade gut aber der wird bald sterben geboom kann ich ihn noch abfangen ich kann ihn noch abfangen oh ja er ist hinter der Mauer schön das wollte ich genau ja welche sie die欸 die Fliegen sehr schön und genau sowas wollte ich Dann gibt es noch solche Monsters, ja zum Beispiel, den ich hasse, weil genau, der kommt mir immer ein wenig zu nahe, aber ja, der sieht mich, oh, okay, der hat mich gesehen, da, 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 hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, okay, ich bin tot. Ha, im Wasser bin ich sicher, denn sie können schwimmen, ja, schönes Spiel, ähm, dann hole ich schnell mal ein paar Unterstützung, unterstützt der mich? Nein, tot, 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 wow, also hole ich jetzt ein paar. Unterstützung, und zwar ein Monk, Monk, guten Tag, genau, natürlich, Rebellen gehören natürlich auch dazu, ja, schau mich an, weil wir gehen nicht dieses Monster handen, nein, 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 Genau, nein, genau, nein, und zwar mit Minen, komm her, du blödes Monster, komm her, put, 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 da, da ist es, ich sehe es nicht, naja, es ist irgendwie da unten. Ich soll jetzt noch ein wenig Scheiter werfen, dass es uns nicht bemerkt. Okay. Jetzt heißt es abhauen. Oh mein Gott. Was ist überhaupt mal Rebell? Rebell? Wo ist die überhaupt? Tod? Rebell? Ach du Sch... Verpiss dich. Bäm! Ich hab Shotgun. Shotgun. Die natürlich so effektiv ist. Da! Granaten! Friss! Friss! Oh mein Gott! Bist du tot? Sag, dass du tot bist. Nein, du läufst nur runter. Bäm! Bist du dich? Ja, hau ab, hau ab, hau ab, genau, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, nein, hör auf, böses, böses Vieh. Und er ist tot. So, das macht den ganzen Tag, da ich nicht so ein Baufreak bin, wenn ich etwas baue, dann baue ich nichts, denn ich spiele mich ein bisschen mit Menschen rum, bla, ha, ha, ha. Zum Beispiel mit so einem Menschen. So, und jetzt komm her, komm her, ja, das ist Doktor Manfred. Ist mein Hund, komm her, genau, Manfred. Mal, so, steh auf Manfred, ja, mach Männchen, mach Männchen, genau. Bleib, nicht so, ja, liege an, streck mal die Beine und jetzt auch noch das andere, genau. Seht ihr, jetzt zieht er schon noch ein wenig, ja, zufriedener aus. Bevor das, ja, ich pendeli, ja, ich pendeli, ah, ja, es leckt. wir hatten ein mega lag und ich hatte einen mega lag deswegen beende ich die ja ich beende die aufzeichnung und lade sie auf youtube ich hoffe das ist zeigt der finischen auf hd gbm ist kann ich will aber einen coolen abgang machen genau und zwar versuche ich den selbstmord-suizid-weitsprung und ja ja nein ja ja ich habe es erreicht gut das war es mit gerys mode zero denis meldet sich ab ich habe gesagt zero denis meldet sich ab